Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6040 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich warte auf deine positive Nachricht. Schick sie mir so schnell wie möglich. Ich warte auf deine positive Nachricht. Schick sie mir so schnell wie möglich. Vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Es kann ja nicht viel passieren. Vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Es kann ja nicht viel passieren. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Wir beide machen heute einen schönen Ausritt über Wiesen, Felder und durch den Wald. Mein Trainer ist wieder zu spät. Ich werde wieder alleine mit dem Training beginnen müssen. Mein Trainer ist wieder zu spät. Mein Trainer ist wieder zu spät. Ich werde wieder alleine mit dem Training beginnen müssen. Lies, was Maria schreibt. Wollen wir ihr gemeinsam antworten? Hast du eine Idee, was wir schreiben könnten? Lies, was Maria schreibt. Wollen wir ihr gemeinsam antworten? Hast du eine Idee, was wir schreiben könnten? Ich bin in der Lage, positive Gewohnheiten zu entwickeln. Ich bin in der Lage, positive Gewohnheiten zu entwickeln. Was möchtest du in deinem Obstsalat? Bananen, Erdbeeren und Weintrauben? Was möchtest du in deinem Obstsalat? Bananen, Erdbeeren und Weintrauben? Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Kannst du mir sagen, wo ich es finde? Ich bin auf der Suche nach Wissen. Kannst du mir sagen, wo ich es finde? Brauchst du Hilfe beim Kochen? Was soll ich machen? Gemüse schneiden? Brauchst du Hilfe beim Kochen? Was soll ich machen? Gemüse schneiden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Willkommen Ihnen auf? Den Link. Deine Susmählen. Vergeißt du, Gerilen Pokemon? Vielen Dank.